Für das Gedächtnis ist der Hippocampus eine entscheidende Struktur. Hier beginnt der Aufbau dauerhafter Erinnerungen. Besonders wichtig scheint er für die Orientierung zu sein. Bei Ratten zeigt sich, dass sogenannte Place Cells ganz bestimmte Orte in einem Raum kodieren. Wie Place Cells funktionieren, erfahren Sie hier. Während sich das Tier durch den Raum bewegt, überlagert sich die Aktivität der einzelnen Zellen, sodass sich eine eigene neuronale Karte des Raumes erkennen lässt. Tatsächlich können Forscher im Labor allein schon anhand der neuronalen Aktivität sagen, wo im Labyrinth sich die Ratte gerade befindet. Und diese Muster lassen sich auch hören, wenn das Tier schläft. Die Vermutung ist, dass der Hippocampus die Erfahrungen des Tages in der Nacht wiederholt. Auf diese Weise wird der Prozess der Langzeitpotenzierung verstärkt und das Gelernte vertieft. Das ist vermutlich besonders für Studenten interessant. Nachts zu schlafen statt zu pauken scheint die bessere Strategie zu sein. Denn dann werden am Tag erlernte Informationen vom Hippocampus konsolidiert.